Tearsing Studio, Wermelskirchen, wir sind immer noch da, jetzt sitzt die Lisa da und guck mal hier, Sarah sitzt da und hält jetzt Händchen, der geht's jetzt auch wieder gut. Lisa, was bekommst du? Ein Death? Genau, ein Days Pissing, also nicht das Todes-Tearsing. Ein Days Pissing und ein Conch. Also den Conch stechen wir hier an dieser Positionierung, optimiert, dass nachher auch ein schöner Ring entlang läuft und das Days wird hier an der Position gestochen. Und wir fangen mit dem Days Pissing an. Startbereit? Sowas von gar nicht. Soll ich dir sagen oder soll ich einfach machen? Traubenzucker hast du, oder hat Sarah jetzt alles weggefuttert? Einfach durch jetzt. Okay, Auge zu und durch. Okay, dann fangen wir mit dem Days Pissing an und ich mach einfach, ne? Okay, und das Days Pissing ist gestochen, Nummer eins ist fertig. Au. Alles gut? Nein. So. Das ist aber Tröpfer durchgezogen. Das ist ein Megatöpfer durchgezogen. Hast du Migräne? Nee. Oder einfach nur mit dem? Nee, bei dir haben wir es jetzt nur rein für die Optik gemacht. Erstensatz hat sie sich ein Hufeisen ausgesucht. Au. Ich hab noch nichts gemacht. Das war das Nachhinein auch. So, Schmuck ist drauf, Schmuck ist drin. Und das Days Pissing ist fertig. Dann machen wir dann auch die Kugel drauf. Wie geht's da im Kreislauf? Gut, glaube ich. Okay, dann schrauben wir da eben schnell die Kugel fest. Und dann ist Nummer eins geschafft. Händchen lebt noch. Sie hat gar nichts getan. Gar nichts getan. Okay, du hast nur einmal Miau gemacht. Bis auf ihr Gesicht hat sie, glaube ich, keine Körperspannung gemacht. Aber du weißt, Sarah, es kommt jetzt noch eins. Das kann sich jetzt alles noch schlagartig ändern. Perfekt. Und Dales ist wirklich so. Nummer eins ist da. Einmal das Days Pissing mit einem Titanen-Hoof-Eisen. Perfekt. Ach, als ich das jetzt nochmal möchte, ey. Ich weiß was. Das ist nicht so. Startklar für Nummer zwei. Ja, jetzt kann ich ja... Ach Gott. Okay, dann fixieren wir eben kurz den Punkt. Der Punkt ist fixiert. Und wir machen Nummer zwei. Und ich mache auch einfach. Und Nummer zwei ist auch gut. Herzlichen. Dir geht's immer noch gut? Ja. Nein, weh. So, dann machen wir da auch... Der Schmuck ist halt auch noch ein Autschie. Ja, das merkt man immer so ein bisschen. Das ist aber auch ganz normal. Okay. Schmuck ist drauf. Schmuck ist drin. Und Nummer zwei ist auch fertig. Dann schreiben wir auch noch eben schnell. Macht das, alle wissen. Die Mädels haben nämlich immer fleißig die TikTok-Videos geguckt. Und sind deshalb nämlich hier, genau. Und die Kugel ist auch drauf. Bringt es noch in die richtige Position. Und sitzt auch. Perfekt. Dann können wir es nochmal eben kurz zeigen. Einmal der Konch mit einem 4mm Swarovski. Und hier nochmal das Days Pissing. Dann sprechen wir auch zusammen. So, wir sehen uns alles wieder.